100 Tipps für das Überleben in der Zone Tipp 72 Sie können die Spieloption festlegen dass das Spiel an wichtigen Punkten automatisch gespeichert werden soll und damit herzlich willkommen zurück zu Stalker Call of Pripyat Stalker Stalker COP Meine Fresse bin ich mal wieder durcheinander Mit dir waren wir unterwegs, das war cool oder was auch immer Schönen guten Tag Was handelst du denn heute Extrem kranke Scheiße mal wieder und die Ausrüstung die wir schon anhaben Das ist sehr interessant Wir haben nur Munition eigentlich dabei, wir haben ziemlich wenig 5,5,6 dabei und nicht 5,45 Aber das soll mir gerade egal sein denn ich habe keine Ahnung was wir heute in dem Part machen Äh Skalovsk Auf Erneuer Das ist teuer Du hast nichts zu sagen Du hast nichts zu sagen Ich hätte mich ein bisschen auf den Part vorbereiten sollen Du hast nichts zu sagen Du hast nichts zu sagen Ich brauche medizinische Hilfe Uns geht's gut Okay Hier geht's raus Hier geht's nur Was ist nichts für mich zu tun oder Das haben wir alles schon gehört Ach schon gut Ich dachte wir können uns hier jetzt anschließen Hätte ich es doch nicht gemacht weil wir sind Military aber Military Main Achso gut Ach ja stimmt Wir haben ja für den Für den eine Aufgabe Stimmt ja das sollten wir gleich mal machen Ich wollte nur kurz nochmal jeden anquatschen Was für Man sieht sich Einfach nur so Hier ist der Waffenvorzieher Genau Okay Man sieht sich Was Hast du äh Einen coolen Mod für uns Für die Waffe vielleicht Erweiterte Magazin Größe Wir haben eh nicht so viel Munition dass wir da erweitertes Magazin haben Einfaches Werkzeug für die Arbeit Okay Können nur größeres Magazin Magazin machen Das wollen wir aber gerade nicht Wir wollen erstmal diese Waffe in unsere Kiste legen Die Äh Hier Nein Ähm Das wollte ich nicht mehr machen Entschuldigung Wo war die scheiß Kiste Ich hab Ich leider schon Nicht mehr an die scheiße erinnert Ich hab auch länger nicht aufgenommen Hier unten war die ne Da Ich hab schon Schon wieder gemacht Warte mal So viel Speichel im Mund Ähm Ich hab schon länger nicht aufgenommen Woll Woll Ich vergessen Ob das Ich das muss Äh Ich hab gerade den Part 9 hochgeladen Der kommt auch noch pünktlich hoffe ich Achja P war's Ich hab so viel andere Sachen Nebenbei gespielt Aber Hm Hm Der Händler U Okay Ich hab noch keine 3 Detektoren Da oben sind die Sumpfblutsauger Da ist Funkausrüstung Ah Da ist die Geisel Okay Ich würde sagen wir machen auch die beiden Sachen Steckt das Teil wieder weg bitte Top Äh Wie gesagt ich hab so viel andere Sachen Äh Gespielt das ich äh Mit der Steuerung wahrscheinlich gar nicht mehr klarkomme Was sind Freunde Gar nicht mehr klarkommen werde Hey Pack die Waffe weg Digi ich pack die Waffe nicht weg Leck mich doch Ich hab irgendwie über 100 FPS aber es wirkt nicht flüssig Aber irgendwie wirkt für mich momentan gar nichts flüssig GTA mit 30 FPS hat mich richtig gebumst die Tage Ein bisschen GTA gespielt Und irgendwie hab ich dann nur noch 30 FPS Und irgendwie hab ich ein Mikroruckler Aber ich glaub das war in dem Spiel einfach so Einfach hinnehmen ne Oh Gott das waren mehr als ein Miniruckler Aber wir gehen mal unserer Aufgabe nach Ich hab angefangen ähm Assassin's Creed bei Freddy nachzugucken Gutes Let's Play Kann ich empfehlen Und ich hab allgemein mal alles so was ich äh Normalerweise gucke auf Vordermann gebracht Also so dass es auch wieder aktuell ist Von dem Stand den ich gucke Und ich bin mit Risen 2 von Hand of Blood fast fertig Wieso nur fast? Weil ich die letzte Die letzte Folge noch nicht gesehen habe Ich weiß leider grad nicht wie man seine Waffe vor der Auto stellt Ich hab keine Shotgun dabei Das ist nicht so gut Wieso hab ich keine Shotgun dabei Erster Das V V war Unterlaufgranate Ok Komm doch her du kleiner Scheiße Pisser Jetzt geht's gar nicht mal so schlecht F2 Äh ich frag mich aber wirklich warum Ich komm ich keine Es sind scheinbar ein paar mehr Ich lauf mal hier Oh Gott leck Ich lauf mal hier rum Und hoffe dass ich dann nicht ins Wasser muss An das Wasser werde ich echt nur sehr... Ah ich hab ihn getroffen glaube ich Da war er Ich schieß gerade übrigens einfach nur grob in seine Richtung Um ihn zu verärgern Hab dich Belohnung bei Trapa abholen Ich hab den ja so ein bisschen behindert gesprochen Als ob der ein bisschen geistig zurückgeleben ist Trapa Oh ich bin Trapa Was sind Gegner mit denen wir uns vielleicht nicht anlegen sollten Warte mal hier Entschuldigung No Ich hatte hier doch auch noch eine Aufgabe Die machen wir noch kurz Für unseren Elektrik Fetischisten Und meine Maus hakelt gerade so ein bisschen Das scheint upstairs zu sein Ach das sind Zombies hier F5 F5 Ich hatte Angst vor den Leuten Fun Fact Hier sind statische Entladungen Gibt es hier zufällig ein Versteck? Kann ich hier oben drauf gehen? Jungs, die können wir nicht mehr sehen Jungs, die können wir nicht mehr sehen Ich gehe mal vorsichtig rein Und jetzt nochmal Funkausrüstung für Nitro besorgen Irgendwas stand da unten im Chat Aber ich habe gar nicht aufgepasst Also im Chat ist auch falsch Weil es ist kein Chat in dem Sinne Was ist hier? Funkausrüstung Material für Nitro finden Okay, wir sollen einfach Krempel finden Das gefällt mir übrigens gerade nicht Das scheint nicht so geil zu sein der Scheiß Darüben liegt noch was, das habe ich gerade gesehen Habe ich noch alles gefunden Haben wir die Teile eigentlich alle dabei? Oder sind die einfach irgendwo? Ich glaube die sind einfach irgendwo Okay, hier liegt auch noch was Ja, da kommt noch irgendwas Ja, da kommt noch irgendwas Ja, ja Wie geht auf dem Scheiß aus vielleicht? Oh Gott Meine Maus, ey Oh, wir hätten auch einfach runter gehen können, glaube ich Ich hätte übrigens F gedrückt Falls ihr euch fragt, wie man sowas sieht Kupferdrehtrolle Ähm, nur das Problem ist Wenn man F gedrückt hält Hebt man es halt auch gleich auf Ja, ja Schön dich sterben zu sehen heute Ähm, was ist das? Eine Packung Widerstände Klar Wer kennt sie nicht? Kleine Packung Widerstände Habe ich auch immer dabei Kleinen Fun-Fick glaube ich nicht Und da liegt Text... ...Tolid-Platte Ich glaube, man nennt hier auch anders Kolophonium-Dose Was auch immer ein Kolophonium ist Ein bisschen aktualisiert Ich spring immer irgendwo runter Obwohl ich einfach nochmal hätte runter gehen können Wollt ihr mich verarschen, Jungs? Wollt ihr mich verarschen, Jungs? Manchmal glaube ich echt, die wollen mich verarschen Okay Die hat nur noch Dreck dabei Wie sieht es mit dem hier aus? Oh Gott, Leck Ah, das ist ein Freund, okay Haben wir das hier? Das waren auch Freunde, okay Freunde, ich komme Freunde, ich komme Ist das ein einfacher Blutsauger oder ist das was anderes? Ich glaube es ist ein einfacher Blutsauger Das war ein einfacher Blutsauger oder ist das was anderes? Ich glaube es ist ein einfacher Blutsauger oder ist das was anderes? Das war ein einfacher Blutsauger oder ist was anderes? Das ist ein Schalldämpfer Also das ist kein Schalldämpfer, sondern da ist ein Schalldämpfer drauf Okay, jetzt durchsuchen wir erstmal sämtliche Leichen Warte mal, Wächter und Freiheit liegen hier? Noch ein Wächter Ich glaube die hat einen Stress hier Freier Achso, das sind keine Leute von der Freiheit, das sind freie Stalk Ne, Wächter Hä, wo habe ich denn da drauf geguckt? Bin ich geistig behindert? Also ja, aber Ich glaube die muss ich gleich mal verticken Ah, hier ist einer von der Freiheit Okay, also es gab doch Freiheitler und äh Nicht-Freiheitler Sehr gut Hier wieder ein Wächter In den Rucksack Die ist leer Nehmen wir nochmal die Rami mit Die wollte ich doch weglegen, ich Idiot Oder ist das eine neue? Die ich äh Gerade aufgehoben habe Oh scheiße, ich bin zu überladen zum weitergehen Äh, Zielfernrohr ab Das kann keine andere Doch das muss eine andere sein So, jetzt geht es nämlich auch wieder Jetzt kann ich wieder langsam rumkriechen Warte mal, ich habe die Sachen hier doch im Winter Da Ganz so scheiße im Winter, ey Ganz so scheiße im Winter, ey Lassen wir auch mal mit Was soll der Geiz? Ich bin immer noch überladen Ich habe jetzt so viel... Oh Gott die Granaten Ich muss gleich mal Granaten verkaufen, ey Da sind Leute Okay Ähm, was ist hier in der Richtung? Wo war die Sache? Da Okay Da müsste ich dann auch dem Typen seine Kackteile wieder zurückbringen müssen Okay, ich sehe wir haben 17 Minuten 30 Oh Gott, 17 Minuten 30 schon Das heißt wir laufen da jetzt nochmal kurz zurück hin und geben die Mission wieder ab Ich bin sehr überladen Ja, ich weiß Ich habe auch... Ich habe 17 Medipacks dabei Alles, alles was der andere Teil nicht so geil gemacht hat, macht dieser Teil wieder gut Danke Spiel Ich bin begeistert Danke Warum... Konnte der zweite Teil das nicht, hm? Man hat Health Achso, ich wollte das Spiel nochmal schwerer stellen Fällt mir grad mal ein Wir spielen ja nur auf... Anfänger Wir stellen jetzt mal auf Stalker Und übernehmen das Ganze mal Okay Denn das Ganze wäre ja schon so ein bisschen einfach Muss man ja schon zugeben Ich drehe übrigens die ganze Zeit in den Haaren Was total scheiße für mich ist Weil ich dann glatzköpfig werde Achso ein Tick den ich habe Wenn ich nervös bin Oder allgemein irgendwas ist So drehe ich einfach in den Haaren die ganze Zeit Wir haben keine Unterlaufgranaten Doch haben wir, okay Wir haben genau eine, glaube ich Eine im Momentar Wenn wir eine in der Waffe haben Dann müssen wir... Zwei Wir sind da Ich glaube übrigens grad mit einer Hand und drehe mit der andere Wieder in die Haare Entschuldigung Ich muss gleich unbedingt mal was essen Ich würde sagen, das mache ich nach diesem Part Und vielleicht nehme ich auch Also ich denke ich esse erst was Und dann nehme ich noch einen auf Aber es kann auch sein, dass ich Erst was esse Warte, das ist das gleiche Halt dein Maul Ja, ja, halt dein Maul jetzt Hallo Was geht? Hey, ich habe hier Materialien gefunden Jeder Winkel der Zementfabrik habe ich abgesucht Gegenstand verloren Textsolidplatte dreimal Gegenstand verloren Behälter mit Transistoren Gegenstand verloren Packung Widerstände Gegenstand verloren Kalophonium Dosen Äh Kupferdraht rollen Und wir haben Mission abgeschlossen Ähm Wir kriegen nichts dafür Willst du mich verarschen? Du hättest uns ja wohl wenigstens Was kostet das? 800 Rubel Nein 1000 Rubel Nein Panzerung 10% Chemische Strahlung 10% Ach, die sind schon installiert, okay Genau Wir brauchen Werkzeuge für einfache Arbeiten Und der hier muss irgendwie nicht Besuch verteilen Okay Gut, dann gehen wir jetzt Tschüss Dann gehen wir jetzt noch mal kurz in den Keller Und gehen die andere Aufgabe ab Und dann verkaufe ich zwischen den Folgen Und Lager Hallo Na mein Na mein Freund Ich hab die Sumpfblutsager getötet Jetzt kehrt für die Stalker wieder ein bisschen Ruhe ein Hier wie vereinbar dein Geld 3000 Äh Versteckkoordinaten 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 Und Jagd abgeschlossen Hast du sonst noch was für mich zu tun? Sicher Ein Stalkertrupp ist neulich in die Tunnel nördlich der Anlage gegangen Und dort ist ein Mutantenlager Äh Und dort auf ein Mutantenlager gestoßen Sie waren alle so verängstigt Dass keiner von ihnen überhaupt beschreiben kann Was für Mutanten es waren Zwei von den Stalkern haben es nicht nach draußen geschafft Denn dort in der Drianhof Station hat dieser Vorfall wirklich Angst Deswegen haben sie zusammengelegt Und eine Belohnung von 5000 Rubel Für jeden Äh Für denjenigen ausgesetzt Der sich um das Mutantenlager kümmern Das ist dann un Das ist nicht ungefähr Deswegen solltest du jetzt gut überlegen Wäre das was für dich? Klar mach Äh Was ich wollte das annehmen Ja kümmere ich mich drum Jagd Unbekannte Mutanten töten Okay So wir packen jetzt Ich mach immer dieses mit dem Ja ich weiß Freddy das triggert dich hart Was ist das denn für ein Hey wo haben wir den denn her Ich glaub den haben wir eben oben gekriegt Wir packen jetzt jedenfalls hier erstmal 1600 Medikits rein Ich denke 8 sollten reichen Zwei davon Die Munition Wir sind immer noch über da Achso wir haben ganz viele Granaten dabei ne Die verticke ich alle glaube ich Was sind die wert Da oben sind die 20 Ah bestimmt einiges Aber Ich würd sagen Erstmal beende ich den Part Ich hoffe es hat euch gefallen Bis zum nächsten Mal Hau da rein und Tschüss